Ja, ich glaube, dass es einen unterschiedlichen Zugang der verschiedenen Nationen gibt. Also es ist so, dass Japan natürlich, die sind auch den ganzen Winter über wahnsinnig viel in Europa, in einem anderen Kontinent, die starten erfahrungsgemäß nicht den gesamten Sommer Grand Prix durch. Hingegen vor allem jüngere Athleten aus Norwegen, aus Österreich, aus Deutschland starten oft komplett durch, um Erfahrungen zu sammeln. Er ist schlichtweg ein Gradmesser in der technischen Ausbildung, in der konditionellen Ausbildung. Letztes Jahr wurden sehr viele Materialtests auch durchgeführt im Sommer, wo man dann einfach den Sommer dahergenommen hat, um zu überprüfen, wo stehe ich wirklich. Und ja, die meisten der führenden Nationen, Deutschland, Österreich, Norwegen, Finnland, schöpfen in der Regel ihr Kontingent komplett aus. Nicht immer mit den allerbesten Leuten, aber meistens schon, aber nicht immer, sondern man gibt dann auch einmal jüngeren Athleten die Chance. Ich denke, wir werden das heuer auch so machen, dass wir beispielsweise nach Japan nicht den kompletten A-Kader schicken werden, sondern einen Teil des A-Kaders und auch zwei, drei jüngere Athleten aus dem B-Kader, so haben wir das die letzten Jahre auch immer gemacht.